Jetzt eine ganz schöne Mats für euch vorbereitet und zwar bin ich bei einem Pferdezahnarzt gewesen. Das gibt es wirklich und das sind wirklich Bilder, also absoluter Wahnsinn. Ich habe sowas bisher noch nie gesehen, nichts ist gestellt, nichts ist gefakt. Seht bitte selber, was passiert, wenn man von einem Pferdezahnarzt behandelt wird. Mein Name ist Dr. Volker Flörke, ich habe mich spezialisiert auf die Behandlung von Pferdezähnen und dachte mir, dass ich mir heute als Assistenten Herrn Oliver Pocher mal bestelle, dass er mir ein bisschen zur Hand geht. Moin Herr Doktor. Moin. Ist das das richtige Gerät für die Pferde? Ja, da kann man, ja so, eigentlich nicht, aber wir werden schon sehen, dass wir das hinkriegen. Ja, dann ist ja wohl hier wieder die Kacke am Dampfen, oder nicht? Kann man so sagen, ja, richtig. Was ist das hier? Das ist eine Bohrmaschine mit einem entsprechenden Aufsatz und hier sehen wir eine Diamantscheibe, die rotiert. Mit diesem Gerät können wir dann scharfe Zahnspitzen abraspeln, das werden wir gleich auch vornehmen. Haben die auch Karies und Bactus? Ja, ja, auf jeden Fall Karies haben die. Woher kommt das, wenn die zu viel Schokolade essen? Nee, das ist altersbedingt. Wenn man alt ist, kriegt man Karies? Mit Sicherheit. Ich habe keine Ahnung, Sie sind ja der etwas ältere von uns. Das ist soweit alles in Ordnung, aber die Schneidezähne, die sind zu lang. Ja, oder auch Karies, Karies, das ist ganz deutlich. Ja, die ist dann Karies, die Schneidezähne sind an sich gut, nur zu lang. Na ja, also wenn ich solche gelben Schneidezähne hätte mit so leicht braunen Ansatz... Hast du doch, hast du doch. Danke schön, Arsch. Das ist die Spritze? Ja, das ist die Spritze. Was ist da drin? Das, was Sie gerade zuerst gesehen haben, Xylacin. Ach, das ist Xylacin? Ganz genau. Okay, wir tun einfach mal so, als wenn er es nicht sehen würde. Ich gebe es Ihnen ganz unauffällig. Ja, aber bitte mir nicht eine verpassen. Nein, bitte. Das könnte ich jetzt einen kleinen Pieks geben. Ja, dann. So, ich... Oh! So, ist aber... Ich versuche mal alternative Betäubungsmethoden. Vorschlaghammer. Schau einfach... Zum Beispiel. ...auf den Schlüssel. Folge einfach mit den Augen. Das tut mir jetzt automatisch, weil er sediert ist. Das gelingt jetzt auch. Und jetzt wirst du ganz müde. Und wenn du aufwachst, denkst du, du wärst ein Schwein. Oh! Sehr gerne. Aber nicht anschmeißen, das Ding. Nein. Der gute Drehmel? Ja. Haben Sie schon mal in der Grube gearbeitet? Jahrelang. So. Entschuldigung, Sie schneiden Ihnen gerade die Seele ab. Nur, dass das übersteht. Ich will nicht sagen, aber ich schätze, solche Methoden würden bei Menschen... nicht so funktionieren, oder? Das ist im Prinzip nichts anderes. So, Herr Tocher, mal eben die Zunge festhalten. Die Zunge? Ja, ich gebe sie Ihnen. Aber richtig zufassend. Feste. Ja, mal los. Zufassend. Das ist ein bisschen kinderlich. Ja, ich weiß genau, woran Sie jetzt denken. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ehrlich gesagt. Schön weich, warm und zeuglich. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. So, dann ist es wieder weg. Jetzt werden wir das Ganze noch ein bisschen... Die Zunge hängt da noch leicht raus. Ja, jetzt nicht mehr. Ach so, okay. Das wird jetzt noch ein bisschen begradigt, natürlich. Da ist eine Desinfektionslösung drin. Erbricht es sich jetzt gerade oder spüren Sie noch? Verbrechen tun die nur von Apotheke, das wissen Sie doch. So. Okay, prima. So. Ich will nicht sagen, aber es brennt, wenn was in den Augen. Oh, das ist aber wie nach einer durchsoffene Nacht, oder? Kollege. Der Nächster. Wie heißt der? Der ist Attaché. Attaché? Okay. Du hast deinen Kollegen eben gerade hier gesehen. Die werden jetzt gleich mit der Säge die Schneidezähne ein bisschen kürzer machen, mit der Pfeile nachfallen. Du kriegst eine Spritze und danach läufst du wie besoffen hier raus. Deine Entscheidung, ob du es willst oder nicht. Aber ich hätte nicht so Bock drauf. Ich werde das Pferd mal versuchen, von hinten ganz langsam aber bestimmt zu entspannen. Ja, das kann ich doch bedienen, soll entspannen sind, wenn ich aufdrehen. Gut, dann war das keine gute Idee und ich lass es wieder. So, das ist ein Maulgatter. Ja. Da können wir dann gleich... Das mag ich etwas aufsperren. Aber... Ich will nicht sagen, aber so eine ähnliche Klammer hab ich mal gehabt in der Lippenklasse. Schön halten. Ja. Jetzt werden wir auf einmal das Maul... Okay, rede einfach mit uns. Das macht die ganze Sache viel einfacher. Ja, das gefällt dir nicht, oder? Du weißt es ganz genau. Rede mit uns. Rede einfach mit uns. Er will nicht sprechen, ich hänge ihn höher. Schauen Sie mal. Oh ja. Sehen Sie da die Spitzenkanten? Aller aller Seite. Genau das. Genau das. Und die müssen wir jetzt wegschleifen, weil Sie sehen, wie die in Zahnfleisch sich bohren. Oh ja. Jetzt sehen Sie das. So, jetzt können Sie noch mal schauen. Sie sollen ja hier auch was lernen. Gucken Sie, sehen Sie? Oh ja. Das ist weg, ne? Viel, viel besser. Das will ich meinen. Herr Doktor, vielen Dank. Nicht zu danken. Eigentlich hätte ich jetzt noch gleich einen Termin beim Zahnarzt, aber das macht mir Mut, das können Sie jetzt ja gleich machen, oder? Ja, natürlich. Komm, wir mit. Dann gehen wir los. Tschüss. So war das beim Pferdezahnarzt und der Pferdezahnarzt.